hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge blerich mal schauen wo wir das letzte mal stehen geblieben sind denn ich habe keinen wirklichen plan vorneweg ich weiß nicht ob man es im hintergrund hört ich nehme gerade aus meiner neuen wohnung auf deswegen wird die folge heute auch vielleicht ein ticken länger anstatt 15 vielleicht 20 minuten mal schauen wie viel spaß ich heute am aufnehmen habe und ja wie überbrücken wir jetzt die ladezeit ja merkwürdige geräusche möchte ich nicht machen das kommt dann dämlich rüber ja keine ahnung ich weiß es einfach nicht oh jetzt geht es weiter gruselfaktor pur ok es läuft so taschenlampe ausgewählt jetzt muss ich fragen das hatten wir in der letzten folge glaube ich noch nicht doch ich glaube das hatten wir in der letzten folge schon ok ja dann schau es an doch das mit dem Feuerwerk das weiß ich das hatten wir in der letzten folge das baut das ok ok dann oder camera äh, hier muss irgendwo was sein ich glaube in die Richtung ist diese Person dann gegangen oder hat geguckt oder? hm müsste hier nicht irgendwo das Feuerwehrauto sein? ja, was denn? was heißt der denn da? ja, braves Wuppi äh, C war das bleib bitte bei mir sicher ist sicher äh äh ich weiß nicht irgendwas konnte man doch mit der Kamera machen ja ja da kommen wir nicht weiter alter 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 war das laut hier geht's nicht weiter aber hier dafür boah, leckt mich, ey äh Was ist los? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Uhhhhhhhhh Scheiße, was ist das? Was ist das? Okay Wir sind auf dem richtigen Weg Ich hoffe es doch mal, dass wir auf dem richtigen Weg sind Ach stimmt, hier kommt der gleich Ja, äh, Moment Heel! Bullet! Uhhhhhhhhh Come on, look around, boy Heel! Hier ist auf jeden Fall Blut Ähm Weil die Kamera benutzen Man sieht nichts Da stand doch gerade was mit Nachtsicht Ach F Ahhhh Sagt mir das doch einer Äh Ja Aber ihr seht, es wird immer duster in dem Spiel Ich hoffe, hier wird es irgendwann wieder Tag Ansonsten mache ich mir hier bestimmt beim nächsten Ding, wo man sich erschrecken kann, in die Hose Ahhhh Ahhhh Oh, da ist dieser große Baum Oh, wir sind im Kreis gelaufen Schön Hier liegt aber nichts mehr rum Oh, doch, hier Oh, großartig First, es ist Wiches und Kurses, und jetzt, was? Kommando? Ohhhhh Es ist verletzt, aber relativlich neu Probierlich nicht etwas, was ein 9-jähriger kann aufbauen Man erkennt halt einfach nichts. Ich erkenne hier einfach gar 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 nichts. Zum Zelt. Und jetzt müsste eigentlich gleich wieder der Baum und das Zelt kommen. Boah. Oder auch nicht. Doch, da ist der Baum. Oder auch nicht. Hier hat es sich jetzt aber ganz stark verändert. Also entweder sind wir jetzt richtig oder es ist einfach nur noch dunkler in der Nacht geworden. Oh, ihr wisst gar nicht was ich hier gerade für Panik schiebe. Dass hier irgendwas um die Ecke kommt und mich erschreckt. Also weil ich weiß kommen ja auch Gegner, die ich irgendwie weghauen muss. Da ist schon wieder der Baum. Oh, hier ein Bild. Ja, das müssten alle die aus dem Film sein. Ja, du, scheinst du, dass wir im Kreis laufen? Äh, ich weiß es nicht. Was jetzt? Ich weiß es einfach nicht. Ähm. Äh. Einen Weg schlagen wir noch ein. Ja, die haben hier ganz schön viel Dreck gemacht. Boah, diese Musik. Ganz ehrlich. Ich krieg hier noch ein Herzkasper in meinem Alter. So, jetzt hat sich die Musik gerade ein bisschen geändert. Aber. Hä? Das kann auch nicht sein. Wenn wir jetzt hier weiter laufen, kommen wir doch wieder zum Baum. in meinem Alter. Oh. Äh. Ja. Alle Wege führen zum Platz. Schön. Das war es aber mit der Folge. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur gruselig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, auf der Suche nach der Blair Witch. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Ja, ja. Rockstar Dance Until I Drop My life is just hard In my home is the club Nostage is the dance floor, but it never stops